Hi, hier ist euer Skeleton 3 bei einer Folge Minecraft. Das geht 10 Folgen lang. Da mache ich immer was anderes. Weil Disney mit dem Genie dann schon spät. Also, ne. Weil irgendwie auch keinen Spaß macht. Und YouTube mache ich nicht aus Skeleton 3. Nur aus Spaß. Meine Welt ist hier nicht. Keine Ahnung. Weil ich hier schon lang nicht mehr. Überleben normal. Chest an. Immer Tage Mühe. Ich bin mit Chest. Meine Welt. Äh. Werte. Und endlich. Flach. Alt. Ja. Und wirklich. Bin ich besser. Von wem her stelle ich jetzt. Also. Ich war hier schon lang nicht mehr. So. Hier sind wir in der Welt. Wo ist die Chest. Und jetzt... wird es jetzt im Ernst nie. Was wird der Tag? Doch, schon ist es schon Nacht Das war nicht schön Ich küsse dir ein Wasser das war Ein Baum Nicht viel Laub Ich war hier locker schon Jahre Geht nicht die Steuer rum Ich hab nicht küsst gemacht, wo ich noch nicht küsste Schaff, 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 schaff Musst du weg Weltgebäude bekommen Wohle ist wichtig Gras Und das mag ich nicht Tiere Gras fressen Ich bin ernst Von Schafen Ich weiß nicht Oh ne Nicht schon wieder Das Ist richtig blöd Ne Was soll ich jetzt machen Was soll ich jetzt machen Ich bin ernst Von Schafen Ich bin ernst Ja Oh, nett, bitte nett. Wie sieht jetzt das Gra... ähm, überhaupt... Wirklich? Das sieht zum Glück nur normal aus. Dann geh ich noch mal weg. Okay, das wär die günstige Idee eigentlich von... Okay, nicht mehr des Rats... ...normal. Die... die hab ich grad gesehen, so in ner Reihe. Ich bin... Wo geführt mich diese Schafel? Da, jetzt wissen wir nicht alle. Ist eben dumm. Das ist nicht oft gemacht. Erstmal brauch ich mir ein Bett, weil in der Nacht... ...wöse Monstern gehen. Den will ich nicht bewegen. Habe ich jetzt im Ernst meine Holz platziert... ...und baue ich ihm das ab. Der Verlust endet die Welt... ...interessiert mich nicht. So. Gott! Warum ist da einfach so Feuer? Bitte sag mir nicht das Feuer. Geht das überhaupt aus? Was ist das? Das ist Holz. War hier schon jemand? Oh, das ist das neue. Jetzt sieht alles unter der Erde so dumm aus. Bitte nicht, bitte sollten wir das nicht. Bitte nur da, bitte nicht unter der Erde. Das würde so, no. Bitte nicht, bitte. Wo ist es überhaupt? Nee, alles sieht so dumm aus. Jetzt unter der Erde. Ja, toll, alles sieht so dumm aus. Du mal geht's dann genau. Und was ist mit dieser dummen Steuerung los? Oh, ich krieg D-E-Sticks aus einem Dornenbusch. Okay, macht Sinn, aber... In der Mahlmann kriegt das auch da kein Stück groß. Der, wo man mit der jetzt noch nicht gekauft bekommt. Und der Hund? Keine Ahnung, dieser Wind ist einfach nur... Ja. Ganz schön komisch. Und ich brauche ein... Witzig sagt mir nicht, dass die Ärzte auch so dumm aussehen. Das wäre ja auch dümmer. Oh, nee. Müssen wir wirklich... Niesse ich einfach nicht die Nacht. Nein. Muss ich mich wieder in die Erde einbauen. Und ich hasse mich in die Erde einbauen. Und ohne sich in die Erde einbauen, kann ich nicht überleben. Weil die so böse ist. Jedes Mal. Ich hab sofort das einstürzen. Oh, das ist geil. Ja. Einmal, das brauche ich. Warum brauche ich gar nicht? Das ist dumm. Dummer geht's gar nicht. Ich hab doch Sticks. Warum kann ich nicht gar nicht... Hä? Warum kann ich nicht mehr? Spitzsack gelaufen. Hä? What the hell? Aber ich brauche... Ich brauche jetzt... Erd. Natürlich braucht man nur... sowas. Und jetzt habe ich... genug. Ja. Ja, die kriege ich ihn nicht. Und so schnell. Ich hab hier nur... 10.000. Wie schön. Ich hab hier nichts weg. Ich hab hier nicht weniger... Das ist so gut... ich bin bei so einem geht das wie immer weg ich finde ich hoffe ich habe gehaftet ähh ich baue ich hier ich das mein zu irgendwann immer 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 wo mein Zeug braucht oh ne oh das ist gefällt ich habe die Angst das könnte ich nicht einschliessen das ist Minecraft also kannst du nicht einschliessen ok 3 reisern und jetzt dass keine bösen Monster kommen doch 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 interessiert wie dich und ich muss die ganze Nacht aufbleiben warum 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 und ich dachte wie habe ich das auch gemacht so jetzt habe ich wenigstens irgendein Werkzeug dann ist die ganze Nacht in der Erde ich mache jetzt ein aus ich wollte jetzt schon das ok wir haben gar nichts geschafft super das war es mir das geht und ich schlappe mich jetzt in die Erde ein die Erde ja ja das war ruhig da das war